Hallöchen liebe Leute, hier zu einer neuen Runde Endergames, was ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Ich habe einfach gedacht, ja, kann man wieder bringen und außerdem habe ich gerade Lust drauf gehabt, weil ich auf Survival Games keinen Bock mehr habe. Egal ob es Quick Survival Games ist oder das normale, ich habe nicht wirklich Lust darauf. Liegt einfach daran, dass man sieht, dass man nur noch mit der Angel einigermaßen gewinnen kann. Und ich kann keine Angel spielen und ich finde, dass es auch irgendwo ein bisschen das SG versaut mit der Angel. Ich hoffe, dass es im 1.9er Update auch ohne Plugins möglich ist, die nicht zu nutzen. Also, dass man die Angel einfach nicht nutzen kann. Egal ob man die reinprogrammieren kann oder sonst was in dem Plugin. Ich finde es einfach scheiße mit der Angel. Einfach meine Meinung, weil das Ganze für mich kein normales Survival Games mehr ist. Ich glaube, die ersten Survival Games hatten auch gar keine Angel, sondern die waren einfach ganz normal ohne Angel. Da gab es mit dem Wegboosten nicht und was weiß ich was. Ich finde es persönlich einfach, dass das Spiel versaut. Und deswegen spiele ich kein Survival Games mehr. Bei Endergames gibt es auch oft, dass die mit der Angel herumrennen. Allerdings nicht so extrem wie in Quicksal Games oder normalen SG. Also da ist es schon echt, uff, arg finde ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, spielst du einfach normal Endergames, da passiert es nicht so oft. Und seit wann gibt es die Mauern, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Oh ne. Komm weg. So. Komm her. Lol. Alles klar. Stomper noch. Alles klar, geben wir eine neue Runde rein. Äh, ja. Das war natürlich, der hat das auch 100% mit Angel gewonnen, hat man ja gesehen. Nicht einfach eine neue Runde. Ähm. 40 Sekunden, ach, die kann ich schon mal reden. Ja, auf jeden Fall ist es, wie gesagt, oder was meine Meinung dazu ist, dass die Angel eben das Spielen versaut. Und ich möchte das Ganze nicht unterstützen und lerne es deshalb auch nicht. Weil, äh, erstens habe ich dafür keine Zeit, das, ups, ja. Das, äh, nochmal genau, oder nochmal zu lernen. Ähm. Ich spiele ganz normales Spiel, wenn ich Lust habe. Und ich habe keinen Bock, dass da dann die, die Leute kommen, die den ganzen Tag Zeit haben. Ähm. Oder mehr Zeit haben als ich, und ich bin so dumm. Ähm. Mehr Zeit haben als ich und einfach, dass wir der Angel üben können. Ich, ich möchte das einfach nicht. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, jetzt gibt es vorerst mal überhaupt kein, ähm, Survival Games mehr von mir, also, oder wir spielen zu dritt oder zu fährt, aber allein ist es echt scheiße, da kann man es vergessen. Dann ist es was anderes, aber allein, äh, wird es von mir kein Survival Games oder Quick Survival Games mehr geben. Wenn, die nächsten, keine Ahnung wie lang, bis ich mal wieder Bock habe, aber das, äh, äh. Wenn, dann mit der 1,9, ohne der Angel, dann, ja. So, was wollte ich denn noch sagen? Eigentlich wollte ich noch was erzählen. Jetzt habe ich es aber vergessen. Da habe ich die Angel und gleich weg damit mit dem Scheiß. Ähm, mein Mann, ich brauche eine Kiste. Ähm, jo. Darum ist ein Zauberungstisch, aber jetzt auch keine, keine Kiste. Zumindest sehe ich gerade keine. Doch, da. 2, 3 sogar. Ja, super. Ich will aber Dias. Angel weg. Angeln ist im Angeln da und fischen. Und nicht um Gegner weg zu boosten. Ach, ne. Nein, ich krieg den nicht. Und dann gehe ich halt da rüber schnell. Muss ich mir halt ein Goldschwert machen. Ja, das ist aber scheiße, ein Goldschwert. Das ist richtig kacke. Auf jeden Fall gibt es hier eigentlich die Mauern. Die Borders, keine Ahnung. Okay, der rennt da drüben rum. Links von mir ist einer. Ohja. Äh, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Einfach schnell. Ein. Ein. Goldschwert machen. Das hier nehme ich wieder mit. Nein, und du verpiss dich. Kein Bock auf dich. Da, schnell hier rüber. Da vorne sind nämlich. Speedblöckchen. Ach man. Ich bin ja auch wieder mit dem Blöckchen. Wo ist denn das? Die. In denen. In denen. Tod. Die. 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 Och ne. Verpiss dich. Verpiss dich. Och man ey. Was ist der Känguru? Hä? Wieso war der denn nicht schon viel früher da? Versteh ich nicht. Donut an, dass der Ende ist. Erstmal einen Schluck Kaffee. Versteh ich nicht. Warum Stats laden, wenn ich rechtsklick auf die Kiste mach? Ich hab meinen ganzen Kit nicht mehr. Weil ich kein Mod bin. Wie viele Coins ich hab, weiß ich auch nicht. Oh, ok. Noch kein gekillt. Das ist echt scheiße sowas. 4, 3, 2, 1. Nein, ich hab... Ah, ich hasse das. Und da rüber. Jetzt wollte ich grad sagen, gut, dass die Enderperle nicht gingen. Aber sie hat doch mal funktioniert. Bitte Kiste bleibt noch kurz da, dass ich... ... was aus der rausholen kann. Und die hast ja endlich. So, jetzt brauch ich aber noch einen Baum. Na, zurück wäre jetzt natürlich... ...nicht so... ...toll. Na, 50 Sekunden. Eisen. Oh, jetzt ist es schön. Was ich hier hab. Auf da rüber. Hallo, nicht laggen. So, schnell hier was abbauen. Äh, der nächste ist direkt vor mir. Ah, da kommt er. Ne, der baut sich hoch. Äh. Stumpers sind genau sowas. Die kann man auch nicht gebrauchen. Zack, zack. Äh, komm her. Zack, und dann machen wir uns noch einen Helm. Dass uns die nicht vielleicht abschießen können. Und das machen wir da hin, das da hin und das da hin. Und das machen wir weg, brauchen wir nicht. Und... Wo ist der nächste? Da oben. Ich treffe ihn aber nicht. Schade. Wir haben keine Falle mehr. Nein! Hier vorne ist einer. Mit dem will ich jetzt aber nicht unbedingt hingehen. Lieber mal gucken, was wir hier noch finden. Die Schnelle. Ah, ich hasse Stompertürme. Dann fällt er da runter und dann...toll. Schön hat er eine Falle gebaut. Fallen bauen habe ich ja nichts dagegen, wenn man das... Wenigstens macht. Wenn man es... Äh. Zum Beispiel im Deathmatch oder so, wenn die letzten paar... Spieler noch leben. Dann finde ich das ja nicht schlimm. Aber gleich von Anfang an ist da ein paar Türme. Und da fällt irgendwie ein Chunk. So, hier Pfeile. Das ist gut. Und 40. Wo ist der? Da vorne. Oh nein. Du baust dich da nicht hoch. Ach komm schon. Warum treffe ich den denn jetzt nicht? Äh. Ja, stirb. Spaß. Juhu, da hab ich Entapelle. Juhu, da hab ich Entapelle. Juhu. Hey, was du Geier? Alter, diese Kängur-Noobs. Er hat noch ein halbes Herz gehabt. Ohhhh. Meine Fresse. In der Runde hab ich extra so schöne Sachen gehabt. Nee. Darfst du gewinnen? Bist du bescheuern? Ich hoffe irgendwann... Ey, ich raste gleich aus, Mann. Voll die schlechte Runde geworden. Ja. Weiß ich mit dem Herzen. Das ist das Coole an dem Kid. Eigentlich will man mal was machen. Gescheites hat, um dann die ganzen zu killen. Aber nee. Ich bin da grad so inkompetent. Kann ich spielen. Ah, mein Güte. Was soll ich mir holen? Schinken oder Slime? Nee. Keine Ahnung. Ich kenn die beiden Kids nicht. Hehehehe. Auf die Runde kann man doch jetzt mal gewinnen. Oder zumindest ein paar killen. Ich hab ja bis jetzt immer noch keinen gekillt, glaub ich. Mantle ist gestorben. Nur ein Wassereimer. Nee, was soll die Scheiße. Hallo? Na. Hu, hu, hu. Wie bescheuert ist das eigentlich? Jetzt gehen die da alle rüber mit den Dingern. Oh Mann. Mann, nee. Mann, nee. Ich will doch nur ne Kiste mit Zeugs drin haben. Ich seh jetzt auch keine auf dem Baum oder so. Das wird wieder eine scheiß Runde. Ne, egal. Erstmal ein Holz holen. Weil das brauch ich so oder so. Da, 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 da. Mit Bench. Gut. Abflug. Da hat's aber grad Abflug gemacht. Ach, scheiße. Wo ist die... Hier ist nirgends ne Kiste. Sieht zumindest nicht nur noch aus. Da oben ist was. Tack, 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 tack. Hallo? Nimm's an. Oh nein, wo ist der nächste Spieler? 16 Blöcke. Nein, was mach ich denn? Ach Scheiße, kommt mir hin, aber... Bin ich bescheuert? Was hab ich denn gemacht? Muss Holz erbauen? Brauch, 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 brauch. Wo ist er? 17 Blöcke. Rechtes Meer sollte eigentlich reichen im normalen Fall, wenn ich mich nicht verbaue? Mann, Scheiße, was ist das denn los? Wie ist der jetzt so schnell hergekommen? Und warum bin ich so bescheuert und so langsam gerade? Chatlogklb-xcript. Erstmal kurz das Ding aufrufen. Jetzt schließt sich Minecraft. Ich hasse es. Ich hasse es, dass Minecraft einfach so bescheuert ist im Spiel allgemein. Ah, hat sich doch nicht geschlossen. Ich hab gedacht, es hat sich geschlossen. Aber die Aufnahme läuft noch. Ah, ist mal eine Schluckkoffel noch. Ey, das ist nicht... Ah, ich kann kotzen bei sowas. Und dann würde ich mal wieder das hier machen. Aber nein, das darf ich ja nicht mehr. Irgendjemand, den ich kenne hier? Nö. Huii. Ach, da kann man rein. Da hat also nichts besonderes... Nö, nö. Das ist eine Scheiße, Mann. Hätte ich gedacht, ich kann mal eine geile Runde Endergames bringen. Aber nie. Gehst lieber fünfzehnmal drauf. Und dass die Kisten nicht angezeigt werden, verstehe ich auch nicht ganz. Du all die gong wegen meiner Nase. Aber ich hab allergie gegen Frühblühe. Und da ist Nase zu. Da hab ich's mit der Lunge. Da hab ich alles mögliche. Zum Beispiel auch ein Muskelkater unterm Lungenflügel, der auf einen Nerv drückt. Das fühlt sich an, wie wenn man einen Ellenbogen anschlägt. Und den Schmerz die ganze Zeit hat. Ist auch wunderschön so was. Braucht man nicht. Hat man aber leider. Äh, ja. Muskelkater hat sich halt bescheuert an. Ist es auch. Aber das sind Schmerzen, die sind, äh, ja. Nicht so schick. So, dann nehmen wir hier, zack, zack, zack. Gleich mal ein Schwert machen. Zack, zack, zack. Und man sieht glaub ich auch, dass ich schon ewig kein Endergames mehr gespielt habe. Weil ich einfach so langsam bin. Beim Bauen oder beim Abbauen oder was weiß ich was alles. Ähm, was heißt ewig? Ich hab letzt ein paar Runden gespielt. Die waren eigentlich ganz gut. Die hätte man aufnehmen können. Hab ich aber nicht gemacht, weil ich einfach so gespielt hab. Ähm, und, ja. Scheiße halt. Verdauungstisch kann ich noch nicht gebrauchen. Gibt's hier irgendwo. Aber ich geh trotzdem mal da rüber. Ich hätt auch rechts laufen können, dann über den kleinen Weg. Egal. Dann schwimmen wir halt. Ähm, bububububum. Ist hier irgendwo ne Kiste. Kiste, Kiste. Nö, keine Kiste. Keine Kiste. Hä, Baum. 100 Blöcke weg. Ah, da ist die Kiste. Okay, ich hab Schuhe, hörte ich schon mal. Und da hinten gibt's Speedblocks. 140 Blöcke ist da weg. Wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich bin tot. Das weiß ich schon. Oh, da hinten gibt's ja ganz... Ach du meine Güte, was geht denn da ab? Was ist da hinten los? Das muss ich mir mal kurz angucken. Guck mal, das werden ja immer mehr Blöcke, oder? Ach du meine Scheiße. Was ist denn das? Wie geil ist das denn? Da gibt's ja tausende Blöcke. Gibt's ja auch noch nirgendwo ne Kiste. Wow, volles... volles... what the fuck. Irgendwas ist da, glaub ich, Fail. Ich glaub nicht, dass die so gehören. Dass man hier so viele Sachen hat. Ich kann's mir fast nicht vorstellen. Oh, noch ne Kiste grad gekommen. Nein, nein, nein. Uh, 20 Blöcke. Weg von hier, weg von hier, weg von hier. Ich bin im Wasser komplett ausgesetzt. 44, 45, oh, verpiss dich. Der bleibt weg von mir. Mr. Ente. Weg, 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 weg. Ich brauch eine Rüstung. Oder ein Babar, der mir über den Weg rennt. Hallo. Nochmal zwei Dias. Okay, Schnieke. Upsa. Immer wenn man die Ding verlassen will, die, äh... Ist jetzt da oben, oder was? Keine Ahnung. Immer wenn man die Chest verlassen will, und die in dem Moment verschwindet. Das ist jetzt genau das. Ui, da geht's aber runter. Da will ich nicht hin. 98 Blöcke. Ich brauch Rüstung. Ich kann mir aber auch nur Schuhe... Ich kann mir Schuhe machen. Nein! Goldene Apfel. Hab ich jetzt mein Eisen... Och, ne, mein Eisen liegt... Uuuuh, Rüstung. Besser als gar nix. Wo hab ich die Hose her? Ich weiß nicht. Und wo hab ich meine... Keine Ahnung. Egal. Gibt's hier noch was? Da hinten ist noch ne Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Und noch ne Kiste neben dran. Okay, da war jetzt nix besonderes drin. Ja, Dias. Hä? Okay, die Dias hab ich glaub ich noch bekommen. Und das ist auch nicht schlecht. 95 Blöcke und ich hab 5 Dias. Das heißt, ich kann mir ein Dias Helm machen. Dafür brauch ich meine Kiste... Äh, eine Kiste in der Werkbench. Uuuup. So. Jetzt schnell, nicht das... Nein, komm her. Oh. 95 Blöcke, ich hab immer noch nicht gekämpft. Äh, eine Kiste. Nicht schlecht. Ich will aber erst noch ein bisschen abhauen. Weil ich... Okay, wir sind nur noch 3 Spieler und ich hab immer noch keinen gekillt. Auch nicht schlecht. Lauf bei mir. Okay, da vorne ist der nächste. LOL. Ist klar, ist klar, ist klar, alter. Alter, meine Fresse. Genau das meine ich mit diesen Kack-Angelspielern, die nix können. Ach, tschuldigung. Ja, gut, dann würde ich auch sagen, bis zum nächsten Mal, weil... Meh. Jetzt hab ich auch Kompetenzzentrum. Hat ja genau 16 Buchstaben. 3, 6... 1... 12... Ja. Kommt hin. Äh... Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und... Tschau. Tschau.